Aber lassen wir zunächst eine Zeugie zurückkommen, die unser Reporter befragen konnte. Monsieur González, Sie sind Gebäudereiniger? Ja, ich bin Gebäudereiniger. Sie haben das Verbrechen um 9 Uhr entdeckt. So ungefähr. Die Bürohängste kamen gerade. Wir hatten da schon zwei Stunden runtergerissen. Wo waren Sie in diesem Augenblick? Na da oben. 32. Etage auf der Westseite. Ja, und dann? Was im falschen Raum? Ja. 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 Unengaging broadband transportation. рабatie. Zaun. Schlimmation. 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 Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020